Ja, der Patrick ist eigentlich ein unglaublich lieber Typ, nimmt sich sehr viel zu Herzen, aber ist einfach ein guter Typ, würde ich ihn einfach beschreiben. Es macht immer Spaß mit ihm zu trainieren, aber auch abseits vom Tisch zu sein. Ja, also auch wenn wir einen relativ großen Altersunterschied haben, ich bin immer gern irgendwie bei ihm und es macht jedes Mal Spaß mit ihm durch die Welt zu reisen. Ja, im Training gibt es schon sehr, sehr viel Trash-Talk. Ich glaube, für ihn ist es auch immer ganz schöner Stress, aber auch gutes Training. Ich meine, es ist immer gut, so ein bisschen angestachelt zu werden und auch so diesen Druck innerlich zu verspülen, auch schon im Training, um dann auch im Spiel vielleicht dann ruhig bleiben zu können, weil da kommen immer wieder Sachen in den Kopf. Und deshalb ist der Trash-Talk eine ganz gute Simulation eigentlich für diese ekligen Gegner auch im Spiel. Ja, gerade das Spiel, das Halbfinale in Alicante ist oft Thema in unserem Trash-Talk, natürlich initiiert von mir. Ich frage ihn dann immer, ob es 2-7 oder 3-7 im letzten Satz war, als es gekippt ist. Und da hat er sofort natürlich die rote Birne. 2-8. Ja, zum Thema Trash-Talk, ja, da haben wir schon, ja, so ein bisschen unsere Routine entwickelt. Es geht eigentlich immer in den Trainingsmatches am heißesten her zwischen uns beiden. Da will auch keiner verlieren und da ist man auch echt richtig enttäuscht, wenn man die dann verliert, weil man vor allem die nächsten Trainingseinheiten dann den Trash-Talk abbekommt oder eben dann auch austeilen darf. Deshalb ist man da sehr, sehr motiviert. Nach der Europameisterschaft Besuch im Leistungszentrum Hessen. Dankeschön. Danke, danke. Der Talentschmiede von Helmut Hampel. Und siehe da, alles klein Bolz. So wie der erst 10-jährige Patrick Franziska. Ja, an unsere erste Begegnung kann ich mich noch sehr, sehr gut erinnern. Das war nämlich bei Stern TV. Da haben die Timo begleitet in seiner Dokumentation. Und dann, ja, hat der Helmut Hampel damals Trainer von uns beiden gesagt, Patrick, spiel du doch mal mit dem Timo eine Runde. Und das war natürlich sehr aufregend vor den TV-Kameras, ich dann mit Timo gespielt. Und ja, das war schon besonders für mich. Und ja, das war auch ein Moment, den ich nicht mehr vergessen werde. Ja, ich kann mich noch erinnern, als er dann ab und zu mal bei mir zu Hause einmarschiert ist. Mein Papa hat ihn dann ab und zu auch mal im Keller trainiert. Und ich glaube, das waren so mit die ersten Begegnungen. Ich kannte seinen Opa auch noch super gut. Er hat hier beim TSV Höchst gespielt, genannt der Morschter. Und den Namen hat er sozusagen von mir übernommen. Also wenn ich von Patrick spreche, dann ist es bei mir der Morschter. Unser Erfolgsrezept im Doppel ist eigentlich, dass wir beide einfach gute Doppelspieler sind. Wir haben ja gute Rückschlagfähigkeiten. Ich denke, das ist sehr wichtig im Doppel. Wir ergänzen uns ganz gut im Spiel von unserem Spielsystem. Ich bin vielleicht mehr so der Vorbereiter. Eher dann auch mit seinen harten Endschlägen. Das passt, glaube ich, ganz gut. Und ja, ich freue mich schon wieder auf unser nächstes Doppel. Wir haben jetzt lange nicht mehr zusammengespielt. Aber für Olympia müssen wir auf jeden Fall Gas geben. Ja, unser Erfolgsrezept im Doppel besteht eigentlich darin, dass wir uns beide schon so lange und gut kennen, dass wir uns sehr gut verstehen, auch abseits vom Tisch. Und ich denke, das ist extrem wichtig in einem Doppel. Weil man einfach weiß, was der andere gern macht, auch im Spiel, was dem anderen vielleicht nicht so gut liegt. Und ja, dass man einfach die Bälle auch so ein bisschen so zuspielen kann, dass der andere dann seine favorisierten Schläge spielen kann. Und ich denke, dass das sehr, sehr wichtig ist. Natürlich auch der Spaß, den wir einfach auch immer haben, vor dem Doppel und auch im Doppel, ist extrem wichtig. Und ich denke, das macht es dann auch aus. Ich würde nicht sagen, dass es im Doppel so den Leader gibt. Wenn er irgendwas anmerken möchte, dann macht er das. Und genauso ich auch. Wir sind da gleichgestellt sozusagen. Und ich muss ihn da nicht führen. Und genauso umgekehrt auch nicht. Und das passt, glaube ich, ganz gut. Ich glaube, wir verstehen einfach ganz gut, wie Doppel gespielt werden muss und was da das Entscheidende ist. Ich kann von Patrick auf jeden Fall auch sehr, sehr viel lernen. Ich meine, er hat sehr viele Finessen in seinem Spiel. Gerade so dieses im letzten Moment nochmal die Schlagrichtung ändern. Das kann er ja mit am besten im World Circuit, würde ich sagen. Auch wenn er seine Vorhand nochmal so abklappt. So ein bisschen wie Jan-Owe Waldner auch. Das tut mir immer richtig weh, wenn ich gegen ihn spielen muss. Und habe ich auch schon versucht, so ein bisschen zu kopieren in meinem Spiel. Aber es ist nicht so einfach. Ich glaube, von mir kann er insgesamt so ein bisschen die Ruhe am Tisch erlernen. Dass er sich nicht so sehr über sich aufregt, sondern immer konzentriert bleibt. Eher analytisch. Ja, Timo ist ein sehr lustiger Kerl. Wir haben ja sehr, sehr viel Spaß immer zusammen. Ja, und was vor allem bei ihm eine große Stärke ist, dass er echt immer ruhig bleibt. Vor allem beim Doppeln merke ich, dass ich wirklich so eine Ruhe vor dem Leben habe. Und das tut mir himmeligen Kerl wirklich gut. Als Person, klar hat er sehr, sehr viele Stärken. Ich meine, er ist einfach ein herzensguter Junge auf dem Boden geblieben. Er will es immer allen recht machen. Das ist vielleicht ja gerade im Sport auch manchmal eine Schwäche, weil es funktioniert nicht immer. Und ihm tut es dann, glaube ich, ja wirklich in seiner Seele weh, wenn er so das Gefühl hat, er wird irgendjemandem nicht gerecht. Oder er macht sich da sehr, sehr viel Druck. Aber ich schätze es sehr an ihm, weil ich bin vielleicht auch eher so der Typ, dass man sich sehr viel zu Herzen nimmt und nicht so eiskalt ist. Das geht, glaube ich, über die normale Tischtennisfreundschaft hinaus. Ich glaube, wir sind auf einer Wellenlänge. Und wie gesagt, ich kann mir auch gut vorstellen, wenn ich irgendwann mal aufhöre, dass wir dennoch ständig im Kontakt sind. Das hat auf jeden Fall noch Potenzial. Ich meine, ich habe auch gedacht, so mit 30, da geht es eher abwärts. Aber ich habe es auch nochmal geschafft, mich stetig zu verbessern. Und das traue ich ihm auch zu. Wichtig ist natürlich, dass er körperlich fit bleibt. Ich glaube, immer wenn er über einen langen Zeitraum gesund war, dann hat er auch wirklich immer nochmal einen Schritt nach oben gemacht. Und das traue ich ihm weiterhin zu. Ich meine, technisch gesehen hat er alle Möglichkeiten. Und wenn er sich weiterhin auch gut bewegen kann, dann sehe ich auf jeden Fall Potenzial, auch die Top Ten zu entern. Ich glaube, Timo schlummert schon noch ein bisschen Potenzial. Wenn man sieht, dass er ja auch mit 40 Jahren noch so gut drauf ist und in Europa immer noch jeden schlagen kann und auch jeden schlägt. Deshalb ist es wie ein guter Alter rein. Der Alter hat nichts, sondern wird noch besser. Und ich denke einfach, dass er sich sehr, sehr gut auch immer vorbereitet, sehr aktiv an den Dingen arbeitet. Und dann ist es für mich auch kein Wunder, dass er noch so gut spielt und auch noch so fit ist, weil er einfach auf seine Fitness achtet. Und ich habe ja auch doppelt was davon. Und im Einzelnen kriegt er dann wieder voll Gas von mir. Patrick kommt hier aus der Gegend. Wir sind gute Freunde. Ich wünsche ihm einfach nur das Beste. Und ich glaube, er wird weiterhin seinen Weg machen.